So ein Fisch geht einem Angler selten ins Netz. Entsprechend groß ist die Begeisterung von Paula Cathy Smith. Die US-Amerikanerin angelte in einem See im Bundesstaat Kentucky, als dieser blaue Katzenwels anbiss. Mit fast 40 Kilogramm ist er ein stattliches Exemplar. Dabei werden die Tiere sogar noch größer. Ältere Tiere können sogar bis zu 65 Kilogramm auf die Waage bringen. Die Pfanne blieb dem Wels trotzdem erspart. Nach dem Fotografieren setzte Smith ihn wieder zurück in den See. Zum Abschied sagt sie, sie hoffe, dass der Wels noch weiter wächst, damit ihn eines Tages ihre Enkel fangen könnten.